Hier auf Zypern wird überall gebaut, vor allen Dingen in Parfus wird gebaut ohne Ende. Es entstehen hier Immobilien noch und nöcher und trotzdem ist es unheimlich schwierig, eine schöne, gute Mietimmobilie zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. In diesem Video bekommt ihr jede Menge Tipps von mir, wie ihr vielleicht trotzdem an eine gute Mietimmobilie kommt. Los geht's nach dem Intro. Wir sind Marc und Melissa. Wir haben unsere Konzernjobs gekündigt, unser Haus verkauft und sind mit unseren beiden Kindern nach Zypern ausgewandert. Hier haben wir mittlerweile zwei Unternehmen gegründet und führen ein Leben an der Sonne. Abonniere jetzt den Kanal, um uns auf unserem Abenteuer zu begleiten. Wir sind mit unserer Familie ja im Oktober 2021 hier nach Zypern gezogen, um genau zu sein. Wir sind nach Parfus gezogen, also für uns war schon klar, dass wir nach Parfus wollen und deswegen muss ich vorab natürlich auch sagen, größtenteils ist unsere Sichtweise natürlich auf Parfus und das kann sich immer zwischen den Städten natürlich etwas unterscheiden. Die Frage, die ich am meisten bekomme bei YouTube, bei Instagram, auch bei E-Mail, erreicht mich unheimlich viele Fragen, sind immer nach Mietimmobilien. Also das meiste ist wirklich mit Mietimmobilien und ich weiß, das ist wirklich ein ganz anderes Thema, als wir es vielleicht von Deutschland, Österreich oder in der Schweiz gewöhnt sind, denn hier auf der Insel läuft das alles ein bisschen anders. Ich versuche euch ein sehr realistisches Bild zu geben, das klingt vielleicht alles ein bisschen schwieriger, als es am Ende dann doch wirklich ist. Glaubt es mir, nicht aufgeben, dranbleiben, dann findet ihr auch eure Mietimmobilie. Vorab muss auch gesagt sein, ich selber kann euch keine Immobilie besorgen, dafür fehlt mir noch immer so ein bisschen, ja, der Draht und ganz so einfach ist das Ganze auch nicht, denn ihr müsst euch vorstellen, ihr seid ja auf einer Insel und es funktioniert so ein bisschen so wie, wie soll ich sagen, wie in Deutschland vor 15 Jahren, sowas um den Dreh, also vielleicht sogar so ein bisschen so in der Zeit, als das Internet gerade erst angefangen hat zu laufen und klar, ne, ich sag mal, in Deutschland, im Dachraum, da habt ihr das, ihr schaut vielleicht bei Immobilienscout rein oder vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen oder sowas, ja, und ihr findet Immobilien ohne Ende. Klar, auch da ist jetzt natürlich der Markt wirklich nicht ganz so einfach, aber an und für sich bekommt ihr da alle Informationen, die ihr haben wollt, ja, ihr seht, wie groß ist das Haus, ihr kriegt meistens auch oder oftmals recht gute Bilder, eine gute Beschreibung und euch ist schon vorher klar, was ihr da so ungefähr bekommen könnt. Und von diesem Gedanken müsst ihr euch auf Zypern etwas lösen, was Mietimmobilien angeht. Dieser Markt hier funktioniert noch sehr, sehr manuell, der ist, ja, ich sag mal, vor vielleicht 15 oder 20 Jahren, da hat man in Deutschland ja auch in der Zeitung geguckt, hat vielleicht eine Anzeige gefunden, da hat man das Telefon in die Hand genommen und dann war einem schon recht klar, man muss da hinfahren und sich das angucken. Man hat noch nicht diese Bilder bekommen. So ähnlich würde ich sagen, ist es hier auf Zypern auch noch. Man hängt diesem Internet hier sehr, sehr stark hinterher. Also löst euch bitte ein Stück weit von dem Gedanken, dass ihr in Deutschland alles recherchieren könnt vorher und dass ihr mit dem Internet sicher seid, hey, das ist die Immobilie, die ich haben möchte oder auch sogar online abschließen oder sowas. Ja, da wäre ich grundsätzlich vorsichtig, würde euch nicht empfehlen, wirklich absolut nicht empfehlen, eine Immobilie über das Internet schon abzuschließen, die ihr noch nicht wirklich selbstpersönlich besichtigt habt. Da kann ganz oft natürlich auch mal einen Betrug dahinter stecken oder sowas. Muss nicht sein, ja, aber ich wirklich, ich würde es nicht empfehlen. Wir haben damals in den Portalen geschaut. Das eine ist Basaraki, steckt schon das Wort Basar so ein bisschen dahinter. Es ist das eBay-Kleinanzeigen von Zypern. Ich verlinke euch das mal unten im Video. Da habt ihr mal so einen groben Einblick darüber, was es da gibt. Und dann gibt es noch bei Facebook Marketplace und die eine oder andere Gruppe, in der ihr mal reinschauen könnt. Da müsst ihr euch selber mal so ein bisschen durchsuchen. Wenn ihr da reinschaut bei Basaraki, dann wird euch vielleicht auffallen, wenn ihr guckt nach Mietimmobilien im Verhältnis zu Kaufimmobilien, dass da etwa, ich glaube, auf der Insel stand heute 5000 paar zerquetschte Kaufimmobilien drin sind, aber nur 1000 und ein paar mehr Mietimmobilien. Und so sieht hier der Markt auch aus. Also aktuell haben wir einen sehr starken Käufermarkt und einen sehr geringen Mietmarkt. Das heißt, Angebot Nachfrage ist alles so ein bisschen schwierig. Und wenn ihr das vielleicht bei anderen YouTubern gesehen habt, dass die da für 1000 Euro eine Villa bekommen, ja, oder also wirklich ein schönes Gebäude, was richtig nice ist. Ja, für 1000 Euro ein Neubau, das ist aktuell eher unrealistisch. Ich will es nicht vollkommen ausschließen, Gottes Willen, vielleicht habt ihr Glück oder sowas, aber macht euch da bitte keine falschen Hoffnungen. Das ist wirklich eher die Ausnahme, sowas gerade zu bekommen. Dann haben wir ja natürlich noch die Situation, dass jetzt insgesamt, also Stand April 2022, ich glaube, 5000 Ukrainer hier nach Zypern gekommen sind. Und die brauchen natürlich auch eine Mietimmobilie, sind jetzt teilweise als Flüchtlinge in Hotels untergebracht, in Flüchtlingsunterkünften. Aber die werden natürlich auch was mieten wollen. Die müssen auch irgendwo untergebracht werden. Und das macht die Situation nicht gerade einfacher. Und da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die da drauf noch einen Einfluss haben. Okay. Also ich sage euch jetzt so ein bisschen in dem Video, worauf ihr am besten achtet, wenn ihr euch für diese Immobilie interessiert. Und am Ende des Videos erkläre ich euch so ein bisschen, wie ich jetzt aktuell vorgehen würde, würde ich jetzt was Neues suchen. Ja, grundsätzlich vom Zeitraum her kann man sagen, ist die Saison vor dem Sommer und nach dem Sommer Ferienzeiten die beste, die ihr haben könnt. Weil ihr müsst euch vorstellen, dass natürlich in der Zeit, wo hier der Tourismus boomt, müssen wir jetzt dieses Jahr abwarten, es werden viele Russen natürlich nicht kommen können nach Zypern. Es sind 25 Prozent Tourismus, die da wegfallen. Aber klar, wenn das boomt, dann ist natürlich, wenn man ein Haus oder eine Villa mit Pool oder sowas vermietet, an Urlauber viel lukrativer, als wenn man jetzt eine Langzeitmiete macht. Das heißt, dass viele da die Chance sehen, in diesem Zeitraum diese Immobilie dann an Urlauber zu vermieten. Und dann steht euch die nicht zur Verfügung. Das heißt, ihr sucht am besten vor dieser Saison oder direkt nach dieser Saison. Dazu kommt noch, dass ich glaube, irgendwann, August oder so, sind auch einige von den Maklern im Urlaub und arbeiten in der Phase dann nicht. Ja, die machen dann halt auch mal Urlaub. Und da ist es sowieso ein bisschen schwieriger. Genau. Grundsätzlich kann ich euch empfehlen, dass ihr, wenn ihr Immobilien besichtigt, dass ihr sehr, sehr viele Vergleiche macht. Weil, ich sage mal, die Beschreibung oder das, was euch vielleicht ein Makler oder so vorher sagt, das wird mit ganz anderen Maßstäben gemessen, als wir es vielleicht gewöhnt sind. Ja, also ganz viel wird natürlich mit Luxus benannt und auch das Wort Villa. Also klar, im klassischen Sinne stellt man sich unter einer Villa ein Herrenanwesen mit einem Haufen Dobermänner davor und was weiß ich wie viele Bedrooms. Hier heißt schon ein normales Einfamilienhaus, schnell auch mal Villa. Auch, finde ich, grundsätzlich wird mit Beschreibungen meistens etwas mehr übertrieben. Ja, also viele Unternehmen sind die größten Anbieter. Die haben die schönste Villa, das luxuriöse ist der Ambiente. Aber in Wirklichkeit steckt da vielleicht ein Standard dahinter. Und deswegen stellt euch bitte darauf ein, dass ihr sehr viele Vergleiche machen müsst. Als wir hier im Parfus letztes Jahr unser Haus gefunden haben, wir haben Glück gehabt, es ist wirklich sehr gut gelaufen. Wir haben uns insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Immobilien angeschaut und haben dann dieses Haus gefunden. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir haben die unterschiedlichsten Geschichten gehört. Also wir haben gehört, von welchen die wirklich Glück hatten, die haben schnell was Gutes gefunden. Aber auch sehr viele haben da wirklich Schwierigkeiten gehabt. Also ich habe von einigen gehört, die haben sich 50, 60 Häuser angeschaut, bis sie wirklich das gefunden haben, was denen einigermaßen zusagt und sind dann trotzdem immer noch jetzt auf der Suche. Ja, weil das Problem ist auch ein solches, es gibt insgesamt auf Zypern generell wenig Mittelklasse irgendwo. Also ihr habt entweder richtige Altbauten, also ja jetzt nicht so eine schöne Altbaute wie vielleicht in Deutschland mit hohen Decken oder sowas, sondern wirklich so ein, ich kann es nicht anders sagen, so einen ollen Betonklotz, der ziemlich fertig ist, da ist keine vernünftige Heizung drin, das ist nicht gut gedämmt. Ja, das heißt, ihr habt im Winter sehr hohe Kosten, wenn ihr das warm halten wollt und ihr friert da auch durchaus mal. Kann euch übrigens auch bei einem neueren Haus passieren. Aber bei den Altbauten ist es sehr extrem. Ja, also ihr spart dann vielleicht an der Miete, aber zahlt dann wirklich im Winter ordentlich Stromkosten, um das Haus warm zu halten. Da sind auch mal 400, 500 Euro im Monat locker drin, um das warm zu halten. Und natürlich, wenn das im Winter sehr kalt ist, kann es auch im Sommer recht warm werden, wenn es schlecht gedämmt ist, ja, wenn es große Fensterflächen hat oder sowas, ja, oder ja, dünne Wände, was auch immer. Und dazwischen kommt wirklich lange nichts und dann habt ihr echt teilweise Luxus. Also dann fängt plötzlich dieser Luxusbereich an und ich würde mal sagen, diese Häuser, also wenn ihr ein Haus haben wollt, die kosten auch durchaus 2000 Euro im Monat aufwärts kalt, also ohne Strom, Wasser und so weiter. Müll ist meistens mit drin. Ja, und ja, so ist das. Also da gibt es echt wirklich wenig Masse dazwischen. Das ist eine richtige Lücke, die hier existiert. Das ist schwierig, was dazwischen zu bekommen. Und ich finde auch, dass verhältnismäßig Apartments auch recht teuer sind. Aber da, ja, da könnt ihr auch Glück haben. Wo ihr noch richtig aufpassen müsst, wenn ihr ein Unternehmen hier anmelden wollt, ihr wollt den Non-Dom-Status bekommen und klar, dann braucht ihr oder müsst ihr nachweisen, dass ihr hier seid, ja, dass ihr euren Sitz auch hier auf Zypern habt. Und dann ist es ganz wichtig und fragt da wirklich immer nach, dass die Strom- und Wasserrechnung auch auf euren Namen läuft. Ganz wichtig, weil das hat auch steuerliche Gründe, wenn man sich als, es gab ja dieses Golden Pass-Programm, wo man hier mit einem Invest von, ich glaube, 2,5 Millionen Euro sich hier eine Immobilie kaufen konnte, konnte man sich hier die Staatsbürgerschaft quasi damit erwerben. Und da mussten die Leute, dass die Immobilie auf ihren Namen laufen lassen, auf ihren Namen anmelden. Und das hat dann auch steuerliche Gründe, dass die dann ihr Unternehmen da drauf laufen lassen. Und dann läuft es nicht über euch. Und deswegen ganz wichtig, wenn ihr hier ein Unternehmen gründet und wollt, ja, auch dieses, diese steuerlichen Vergünstigungen haben, dann müsst ihr euren Wohnsitz hier nachweisen. Und dann sollte die Strom- und Wasserrechnung auf jeden Fall auf eurem Namen laufen. Wer träumt nicht davon, einen wunderschönen Pool zu haben und im Idealfall direkt am März zu wohnen? Es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele am Anfang ans Meer ziehen, sehr nah ans Meer gehen und dann mit der Zeit immer weiter vom Meer weggehen. Weil ja, das Meer ist wunderschön, keine Frage. Aber es bringt natürlich auch einige Nachteile mit sich. Also ihr seid da mehr dem Wind und dem Wetter ausgeliefert. Die Salzluft ist sehr abrasiv. Das Haus, das Gebäude, Außenscheiben, das ist ständig dreckig. Das ist immer wieder mit Salzwasser beschlagen und hat dann natürlich sehr viel Aufwand, das immer in Ordnung zu halten und auch Stahlmöbel oder sowas. Wenn das nicht gerade ein V2A, V3A Edelstahl ist, das fängt natürlich auch gerne an, dann zu korrodieren, zu rosten. Das sieht einfach unschön aus. Das ist dann meistens mit Folgekosten, ja, verbunden. Genauso ist es aber auch sehr, sehr schwer, da was zu bekommen. Klar, die Meereslinie, die ist recht dünn, ja, und kostet natürlich dementsprechend auch mehr. Mehrkosten habt ihr natürlich auch bei einem Pool, was die Pflege angeht. So ein Pool verbraucht Wasser, der verbraucht Strom, weil ja so eine Pumpe läuft. Und meistens müsst ihr da auch einen Poolboy bezahlen, beziehungsweise jemanden, der die Poolpflege da macht. Wir zahlen jetzt für unser Haus, ich glaube, 140 Euro, wenn ich mich nicht ganz irre, im Monat dafür. Und das auch im Winter, weil da auch im Winter natürlich fit gehalten werden muss, dass das Wasser da nicht umkippt und so weiter. Bei uns ist der Garten noch mit drin. Also das, was man hier Garten nennen kann. Wir haben nicht sehr viel Fläche drumherum, sind ein paar Pflanzen, die werden da gepflegt. Sind auf jeden Fall Kostenfaktoren, die da zusätzlich auf euch zukommen. Ja, dasselbe gilt natürlich auch für Städte. Also wenn ihr natürlich stadtnah wohnen wollt, zum Beispiel sehr nah an Parfos, Lanaka, Limassol, wenn ihr da eher Richtung Stadtkern gehen wollt, Richtung Hafen oder so, das ist natürlich auch eine Ecke teurer. Wenn ihr weiter aufs Land rausgeht, dann wird das günstiger, aber dann habt ihr natürlich, je nachdem, wo ihr seid, auch mehr Fahrerei. Wenn ihr zu einem Supermarkt wollt, also jetzt hier in Parfos gibt es, glaube ich, zwei Lidl. Das ist so der günstige Discounter im Vergleich zu den anderen Läden. Und wenn der weiter weg ist, dann müsst ihr natürlich fahren und dann müsst ihr dazu bereit sein, das zu fahren. Und es ist halt, muss nicht unbedingt, je nachdem, wo das Haus liegt, so wie in Deutschland sein, dass ihr da eine super Verkehrsanbindung habt, sondern es kann sein, dass ihr dann halt auch wirklich durch tausend Straßen kurven müsst. Kann ich ein Lied von singen, wenn wir zur Schule müssen, zum Beispiel unsere Kinder zur Schule bringen. Das ist nur zehn Minuten Fahrerei, aber es ist wirklich zig Kleinstraßen, die man da abfahren muss. Je nachdem, wo ihr liegt, kann das natürlich auch einfacher sein. Also wenn da so ein paar große Hauptstraßen dazwischen sind, kommt ihr schnell durch. Deswegen schaut euch, wenn ihr ein bisschen außerhalb wohnen wollt und müsst irgendwo sehr häufig hin. Ihr braucht so oder so meistens ein Auto. Also ohne Auto wird es sehr, sehr schwierig hier. Dann schaut, wie die Verbindungen sind und ob ihr damit leben könnt, ja, hundertmal abzubiegen, um mal an euer Ziel zu kommen. Ja, dann, was auch noch wirklich ein Unterschied ist, die meisten Immobilien hier auf Zypern sind möbliert vermietet. Und ja, ihr kriegt weniger Immobilien ohne Möbel. Unserer Meinung nach hat das einen Riesenvorteil. Also ich finde das wirklich gut, möbliert zu mieten, auch grundsätzlich. Wir haben ja in Deutschland alles verkauft. By the way, falls euch das interessiert, wir haben ja alles festgehalten, unsere ganzen Schritte. Dann verlinke ich euch hier nochmal unseren Vlog. Dem könnt ihr gerne mal euch anschauen und so ein bisschen vielleicht auch davon lernen, was wir falsch oder richtig gemacht haben. Genau, schaut euch das gerne mal an. Möbliert Mieten hat Riesenvorteile meiner Meinung nach. Ihr könnt das vorher alles abschaffen, was ihr in Deutschland habt. Und auch, falls ihr mit der Immobilie wirklich nicht zufrieden seid, dann seid ihr ratzfatz umgezogen. Ja, also klar, ein paar Sachen fehlen euch vielleicht, die ihr euch dann selber anschafft. Aber das könnt ihr fast ins Auto laden und könnt dann selber in die nächste Immobilie umziehen, wenn ihr damit nicht zufrieden seid. Und das bietet definitiv viel mehr Flexibilität. Und seien wir mal ganz ehrlich, eine Küche passt meistens oder seltenst in eine andere Küche wieder rein. Genauso ist es mit dem Sofa. Wenn ihr da irgendein Ecksofa habt oder sowas, dann passt das oft nicht in das andere Haus mit rein. Deswegen finde ich, hat natürlich ein möbliertes Haus sehr, sehr viele Vorteile. Wenn man das ummöbliert möchte, gibt es natürlich aber auch jede Menge Möbelläden hier, die dann eher so dem englischen Stil, würde ich sagen, ein bisschen angelehnt sind. Die Sofas sind ein bisschen weicher. Aber es gibt auch eine Ikea zum Beispiel, der von den Preisen her, finde ich, sehr ähnlich zu dem deutschen Ikea ist. Da gibt es keine riesengroßen Unterschiede. Ja, aber wie gesagt, möbliert übersteigt oder das größere Angebot ist möbliert. Und das finde ich auch gut so, muss ich sagen. Nochmal für die Begrifflichkeiten. Furnished heißt möbliert. Equipped gibt es auch noch. Das heißt, die Küche ist ausgestattet. Der nächste Punkt ist, an den müsst ihr euch gewöhnen, ist verhandeln. Also auf Zypern wird meistens verhandelt. Nicht immer, aber größtenteils würde ich sagen. Und da sind Summen drin, die sind enorm. Also nicht wundern, wenn ein Haus vielleicht für 3.000 Euro angeboten wird an Miete im Monat und ihr das aber, wenn ihr geschickt verhandelt, auch für 2.000 Euro im Monat bekommt. Und das ist klar, ich weiß, den meisten widerstrebt das so ein bisschen zum Verhandeln. Aber es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt, weil man das ja kulturell auch gewöhnt ist. Also ihr tretet damit wirklich keinem vor das Schienbein nachzufragen. Und meine Empfehlung ist, fragt die Leute einfach mal, is this your last price or is this your best price? Und meistens kommt da schon so ein bisschen was. Und dann könnt ihr natürlich auch noch was anbieten. Also es ist durchaus so, dass man eine Immobilie auch mal für ein komplettes Jahr schon mietet. Klar, die wollen ja auch Sicherheit haben, dass ihr nicht nach ein, zwei Monaten wieder rausgeht und hinterlasst natürlich da Abnutzungsspuren in der Immobilie. Deswegen, wenn ihr das schon vor einem Jahr mietet und wir haben es auch so gemacht, wir haben sogar ein halbes Jahr im Voraus bezahlt und haben dann gesagt, nach dem halben Jahr zahlen wir nochmal das nächste halbe Jahr im Voraus. Ja, und damit gehen viele schon massiv vom Preis runter. Also bietet solche Optionen dann am Ende der Verhandlung nochmal an. Also wenn die dann, was weiß ich, vielleicht mal 500 Euro runtergehen, dann sagst du, ah, da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit oder sowas. Geht da noch ein bisschen was? Wir wären auch dazu bereit, im Voraus zu zahlen. Ja, und dann geht eventuell halt nochmal was, denn Sicherheit ist für die natürlich genauso wie für euch ja auch wichtig. Und ja, damit ist das etwas safer. Üblich ist dabei auch, dass ihr einen Monat Deposit zahlt und auch sehr häufig ist es so, dass ihr den Deposit dann mit der letzten Monatsmiete nicht mehr, oder die letzte Monatsmiete nicht mehr überweist und das mit dem Deposit quasi abgegolten wird. Aber auch da bitte immer nachfragen oder gegebenenfalls in den Mietvertrag nochmal reinschauen. Auch nicht wundern, wenn ihr da beim Mietvertrag ein eher unprofessionelles Pamphlet bekommt. Und das ist halt nicht so super, sauber, ordentlich immer geregelt wie in Deutschland. Ja, wir versprochen nochmal jetzt zum Ende des Videos hin so ein bisschen die Erklärung, wie würde ich insgesamt vorgehen. Ich würde die Augen offen halten, also wenn ihr in Deutschland seid, die Augen offen halten einfach mal auf Basaraki und bei Facebook. und idealerweise vielleicht ein paar Wochen, echt kurze Zeit, bevor ihr auf Zypern Urlaub machen wollt oder hier vielleicht mal einen Monat Airbnb macht oder sowas. Ich würde da maximal einen Monat vorher anfangen, bei Basaraki und bei Facebook zu schauen, weil halt die Halbwertszeit oder die Latenz sehr kurz ist, wie diese Immobilien da teilweise wechseln. So, reinschauen, ganz grob, dass ihr ein Bild davon habt, was euch gefällt. Und dann seht ihr ja schon bei Basaraki oder bei Facebook, dass ein Makler dahinter steht. Und auf Zypern gilt die Regel, anschreiben kriegt ihr ganz oft gar keine Antwort, keine Reaktion, nichts. Ihr müsst auch bedenken, es wird sehr häufig nachgefragt. Also die werden schon wirklich häufig angefragt, glaube ich, und die haben keinen Nerv, einfach so vielen Leuten da zu antworten, weil die wissen, die werden die Immobilie am Ende doch so oder so los. So, also anrufen. Im Idealfall immer anrufen. Zypern gilt grundsätzlich sogar, erste Wahl wäre quasi hinfahren und die zweite Wahl das anrufen. Aber ruf die wirklich an und ich weiß noch, als wir unsere Immobilie hier, also als ich ein Bild gesehen habe bei Facebook über diese Immobilie hier, ich hatte da angerufen und der war mal super desinteressiert am Telefon. Und dann fing der da an, erstmal so ganz genervt, ja, aber ihr müsst ja erstmal auswandern, Unternehmen anmelden und so weiter. Und dann habe ich dem gesagt, das haben wir alle schon getan, also das haben wir schon alles organisiert. Das ist überhaupt nicht dein Ding, ja. Bei uns ist safe, dass wir auswandern, wir kommen vorbei. Dann taute der etwas auf und dann habe ich dem gesagt, dass wir in Deutschland gerade unser Haus kaufen und wir überlegen langfristig uns auch ein Haus zu kaufen. Und das war der Effekt, also der Typ war auf einmal mega wach am Telefon, der war super interessiert und dann feuerte der nur so los, ne. Also ihr müsst die erstmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, davon überzeugen, dass ihr es wirklich ernst meint, dass ihr wirklich nach Zypern kommen wollt und dass ihr euch das wirklich anschaut und dass die mit Anmeldung und Co. überhaupt kein Thema haben, ja. Macht denen ein bisschen das Leben leicht. Im Idealfall verabredet ihr euch dann schon vorher mit dem Makler in der Zeit, wenn ihr hier Urlaub macht oder vielleicht schon mal ein, zwei Monate hier seid und dann schaut euch das vor Ort an, trefft euch mit dem Makler meistens so, dass ihr euch an irgendeinem Platz trefft. Ja, bei uns war es, glaube ich, hier der KFC, da haben wir uns mit dem Makler getroffen und sind dann zur Immobilie gemeinsam hingefahren. Und wenn ihr das macht, am besten mit zwei, drei Maklern mindestens, dann redet mit den Maklern, dass ihr, was die noch so im Angebot haben, weil es ist wirklich so, durch diese extrem kurze Halbwertszeit, die die Immobilien hier wieder weggehen, ja, und kommen die teilweise nicht mal bei Facebook, bei Basaraki rein, ja. Also vieles haben die Makler vielleicht gerade auf den Tisch bekommen. Also fragt die und sagt denen, wir würden uns gerne noch mehr anschauen, habt ihr noch was im Angebot und dann könnt ihr auch da hinfahren. Noch eine Sache, die ich auch erlebt habe, ich bin gefragt worden bei Instagram, hey, wir haben hier einen Makler, der möchte, dass wir dem erstmal 500 Euro bezahlen oder 1000 Euro bezahlen, sonst wird der nicht losarbeiten. Nicht machen. Der Makler wird hier von den Vermietern beziehungsweise Verkäufern bezahlt und nicht von euch als Kunden, ja. Also nichts vorher überweisen oder so. Ganz wichtig, ich gehe mal davon aus, dass die meisten euch da über den Tisch ziehen werden. Wenn ihr euch die Immobilie dann anschaut, ja, dann wirklich wichtige Fragen stellen, schon mal vielleicht eine kleine Liste machen und notieren. Ganz wichtig, unter anderem Heizung im Winter, ja. Die meisten Häuser haben gar keine Heizung, heizen nur mit einer Klimaanlage und das ist super teuer. Wenn ihr mit der Klimaanlage heizen müsst, das ist einfach ineffizient. Ist hier aber größtenteils so und wir haben, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, der letzte Winter war wirklich super kalt, ja. Also ich glaube, wir hatten ein paar hundert Meter Richtung Berge oben auch schon Frost gehabt und so. Dann heizt ihr wie die Wahnsinnigen da, ja. Und das andere ist auch, schaut, wie das Haus gedämmt ist, wie modern dieses Haus ist, ja. Wenn ihr an der Tür schaut und könnt ihr schon das Licht durch den Türspalt draußen sehen, dann ist das nicht so gut gedämmt und im Winter geht ja auch wirklich ordentlich Wind. Wir haben es wirklich zigmal so, ich glaube, die heißen Medicanes, ja. Also mediterrane Hurricanes. Es ist nicht so derbe, wie man denkt, aber es ist wirklich ordentlich windig, ja. Und das pfeift dann da durch und das zieht euch quasi die warme Luft aus dem Haus raus. Deswegen so ein bisschen schauen, wie sind die Fenster verarbeitet und sowas alles. Dann auch auf den Geruch achten. Wenn das da moderig riecht, das ist nicht gesund, ja. Also meistens, wenn es moderig riecht, dann ist da irgendwo vielleicht mal eine Wasserleitung geplatzt, dann ist vielleicht Feuchtigkeit unter den Estrich geraten und so und dann kann das schimmeln und gammeln. Das kommt hier sehr häufig vor. Leitungen sind hier teilweise wirklich miserabel gelegt worden. Der andere Punkt ist, viel ist hier Beton und das reißt halt irgendwann mal mit der Zeit und die Häuser sind hier echt nicht für Regen ausgelegt und dann diffundiert die Feuchtigkeit durch die Risse, durch den Beton in das Hausinnere und dann kann das wirklich gammeln. Also Schimmel kann hier durchaus häufig ein Problem sein und ich würde es keinem empfehlen, ein verschimmeltes Haus zu nehmen. Also selbst wenn es wunderbar schön aussieht, achtet auf euren Geruch und passt da so ein bisschen auf und haltet die Augen offen, was da so sein könnte. Ja, noch ein Punkt ist, gemessen wird hier meistens in Bedrooms, auch mit den Quadratmeterangaben. Ich habe jetzt bei uns noch nicht nachgemessen oder sowas, aber seid da bitte auch nicht so bingelig. Das wird, glaube ich, nicht gerade nach deutscher Industrienorm vermessen. Ja, guckt euch die Immobilie an und ihr werdet so ein bisschen mehr auf euer Bauchgefühl hören müssen. Und ja, wie gesagt, es wird nach Bedrooms, nach Schlafzimmern gemessen. Wenn ihr, so wie wir, hier ein Büro braucht, also bei uns ist es auch ein Three-Betroom. Wir haben dann mit den Vermietern gesprochen. Die haben uns dann das Bett hier rausgestellt, haben das mitgenommen. Jetzt haben wir unser Büro hier eingerichtet. Ja, nicht wundern mit diesen Raumangaben. Wenn ihr dann die Immobilie mieten wollt, achtet darauf, dass das vernünftig alles in einem Mietvertrag festgehalten ist. Und dann könnt ihr vielleicht sogar den Vermieter fragen, ob ihr dem vielleicht ein bisschen Geld geben könnt oder dem Makler ein bisschen Geld geben könnt dafür, dass es euch hilft, Strom, Wasser, alles anzumelden. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr Internet braucht. Also die meisten haben ja ein Online-Business, arbeiten irgendwo online und sind auf eine schnelle Internetleitung angewiesen. Falls Internet schon mit angeboten wird mit dem Haus, fragt die, wie schnell das Internet ist. Alles cool. Aber im Idealfall lasst euch den, ja, den Wi-Fi-Schlüssel auch gleich geben und macht einen Speedcheck vor. Also wir haben es auch erlebt, uns sind hier 100 Mbit versprochen worden. Und ja, es ist so gefühlt ein bisschen wie mit der Deutschen Telekom. Da kommt 20 Mal ein Techniker und dann seid ihr immer noch nicht in der Nähe von diesen 100 Mbit. Ich glaube, also wenn es gut läuft, haben wir mal 70, aber es schwankt sehr, sehr stark und der Upload ist super slow. Ich freue mich auch gleich wieder darauf, das YouTube-Video hochzuladen. Das dauert Stunden teilweise. Wir werden das jetzt wechseln. Also selbstständig werden wir jetzt uns eine Antenne aus dem Dach bauen lassen. Es gibt verschiedene Anbieter dafür. Ich glaube, im Kosten-Video habe ich das auch mal erwähnt. Und verlasst euch nicht immer auf diese Angaben. Testet das wirklich bitte gegen. Seid sehr aufmerksam, wenn da das durchgeht. Und lasst euch bitte nicht von dem allem, was ich jetzt erzählt habe, schockieren. Ihr findet eine gute Immobilie. Mit Sicherheit, wenn auch nicht gleich am Anfang. Also es kann ja erstmal okay sein, erstmal was dazwischen zu haben. Und wenn ihr dann im Sommer zum Beispiel herkommt, da ist das Angebot nicht groß oder sowas, dann seid ihr aber erstmal irgendwo. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr vielleicht für ein halbes Jahr schon mal angemietet habt, euch im Winter neue Immobilien anschauen, wo das Angebot gegebenenfalls ein bisschen größer ist. Und dann kriegt ihr auch schon ein Gefühl dafür vielleicht, wie gut ist das gedämmt und so. Und wie wirkt das Ganze im Winter auf euch. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch weitergeholfen und dass das wirklich praktische Tipps waren. Ich freue mich natürlich über jedes Like und auch auf eure Kommentare. Also lasst es mich wissen. Falls ihr irgendeine Info vermisst habt oder sowas, dann schreibe ich euch gerne was dazu. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.